Hallo liebe Schüler und Schüler, heute geht es um binomische Formeln und zwar um Formeln, die hier dran stehen. Drei Stück, Formeln heißt immer abkürzen und wir wollen jetzt einfach schauen, wie wir hier schnellstmöglich abkürzen können und können aber alles, was wir an Grundwissen bisher mitgebracht haben, dafür verwenden. Schauen wir uns das konkret an. Diese binomische Formel, warum heißt es eigentlich binomisch? Weil es ein Binom ist, also weil ein Quadrat dran steht. Muss man sich aber in dem Fall nicht merken, mir reicht es aus, wenn ihr das dann richtig rechnen könnt. Also, das kann man auch schreiben als a plus b mal a plus b. Einfach quasi den Faktor hier nochmal hinten hinsetzt, weil das ist ja nur die Abkürzung. Wenn ich das jetzt ausmultipliziere mit den Bögen, das mit dem, das mit dem, das mit dem und das mit dem, erhalte ich a Quadrat plus ab plus ba oder eben wenn ich es vertausche ab plus b Quadrat. Und wenn ich die beiden hier in der Mitte noch zusammenfasse, was ich hier darf, erhalte ich a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Wo ist jetzt hier die Abkürzung, denkt ihr euch? Natürlich kann ich diesen mittleren Teil einfach weglassen, denn das gilt ab sofort immer. Ich nehme den ersten Summanden, quadriere ihn, nehme den ersten und zweiten Summanden, multipliziere es miteinander und setze davon auch ein zweimal. Und ich nehme den zweiten Summanden und nehme es ins Quadrat. Das gilt allerdings nur, wenn es eben ein Binom ist und wenn hier plus in den Klammern steht. Schauen wir es uns im konkreten Fall an, wie wir jetzt hier abkürzen können. x plus 2 in Klammern zum Quadrat kann ich schreiben als das erste, den ersten Summanden zum Quadrat, steht ja auch hier, den zweiten und dritten Summanden miteinander multipliziert, also x mal 2 und ein zweimal davor gesetzt und den zweiten Summanden wieder quadriert. Das kann ich noch zusammenfassen, das hier gibt 4x und das hier gibt 4 und das war noch deutlich schneller, als das Ganze zuerst in Klammern auflösen, in den Summentermen berechnen, sondern ich konnte es direkt aus der Formel ablesen. Problem, ich muss es hier halt auswendig können, denn nur wenn ich es auswendig kann, kann ich es auch weiterrechnen. Schauen wir uns das Ganze grafisch an. Stellt euch ein Quadrat vor mit der Seitenlänge a plus der Seitenlänge b. Also das zusammen gibt a, b und das hier gibt auch a, also nicht a mal b, sondern a plus b. Dann ist doch der Flächeninhalt a plus b mal a plus b, genauso wie hier. Wie können wir das jetzt grafisch lösen? Das Viereck hier, oder ist ja auch wieder ein Quadrat, nämlich a Quadrat. Das hier, das wird ein Rechteck, ist vom Flächeninhalt her a mal b, genauso wie das hier links unten. Und das hier ist b Quadrat. Also können wir auch hier sagen, a Quadrat plus 2 mal a mal b plus b Quadrat, auch grafisch gelöst. Bei der binomischen Formel Teil 2 ist der Unterschied, dass ein Minus hier in der Mitte steht. Wir machen es wieder mit den Summentermen. Gibt a Quadrat minus a mal b minus a mal b plus b Quadrat. Aufpassen, minus b mal minus b gibt plus b Quadrat. Es ist das gleiche wie hier oben, wie wir es gehabt haben, nur dass eben diese Terme minus b mal a und minus a mal b eben jetzt ein Minus davor haben. Und dadurch wird natürlich auch bei diesem gemischten Term, so nennt man den nämlich, auch ein Minus davor stehen. Aber wiederum kann ich abkürzen. Ich kann einfach sagen, der erste Summand zum Quadrat minus 2 mal der erste und mal der zweite plus der zweite Summand zum Quadrat. In dem Fall natürlich ist es kein Summand, das war jetzt vielleicht fachlich etwas inkorrekt, aber ihr wisst, was ich meine. Nehmen wir uns ein Beispiel raus. 2 minus b, ich ersetze also das a durch den Zweier. Dann heißt es doch, das Vordere zum Quadrat gibt 4 minus, weil das Minus hier steht, 2 mal 2 mal b. Also aufpassen, hier dürfen wir nicht mehr minus b verwenden, sondern nur das b. Sonst wird man hier wieder zum Plus auflösen. Also ich schreibe das Minus quasi ab und rechne dann 2 mal 2 mal b, gibt 4b plus b Quadrat. Und auch hier konnte man ganz schnell abkürzen. Wie schaut das Ganze grafisch aus? Wir müssen einen kleinen Kniff machen. Wir müssen uns überlegen, dass die ganze Seite jetzt die Seite a ist. Deswegen habe ich es auch hier ein bisschen weiter nach hinten gestellt und die kleine Seite b ist. Warum? Wenn ich jetzt die ganze Seite minus b rechne, also a minus b, dann erhalte ich die Seite. Und hier genauso. a minus b wäre dann dieses Quadrat. Wie komme ich jetzt auf dieses Quadrat a minus b und a minus b? Ich nehme das ganze Quadrat, a Quadrat. Dann ziehe ich davon ab ab, ab, also dieses Rechteck. Aufpassen, das geht dann über die ganze Länge. Und ich ziehe es nochmal ab, a mal b. Problem ist, dass ich hier diese Fläche da unten dann doppelt abgezogen habe. Einmal bei dem Rechteck und einmal bei dem Rechteck. Also muss ich es nochmal dazu zählen. Plus b Quadrat. Und dadurch ergibt sich genau diese Formel. Schauen wir uns beim dritten an. Wenn ich hier Summenterme multipliziere, also Bögen mache, dann erhalte ich a Quadrat minus a mal b plus a mal b minus b Quadrat. Also, und das ergibt doch schön in der Mitte etwas, was rausfällt. Dann bleibt noch stehen a Quadrat minus b Quadrat. Auch das ist wieder eine Formel. Und im konkreten Fall nehme ich jetzt etwas Schwierigeres. 2z plus 3a mal 2z minus 3a. Also Bedingung ist, dass quasi dieselben Zahlen oder Variablen hier stehen. Und hier auch, nur dass es einmal ein Plus dazwischen hat und einmal ein Minus dazwischen hat. Aber dann darf ich es eben schreiben wie in der Formel. Das hier vorne zum Quadrat, aufpassen, ich muss sowohl das 2, aber auch das z quadrieren. Es gibt 4z Quadrat minus, weil hier in der Formel Minus steht, 9a Quadrat. Also den 3er Quadriert und das a Quadriert. Das war es auch schon. Drei binomische Formeln haben wir kennengelernt. Wir können damit abkürzen. Es war jetzt ein bisschen viel Algebra und ein bisschen viel Geometrie. Wenn euch dieser Heftereintrag hier nicht reicht, dann ergänzt es einfach um das, was wir noch gemacht haben. Das, wo wir das Ganze herbracht haben. Wie kommt man auf die binomische Formel? Nämlich durch Summenterme multiplizieren und indem man die Potenzen anwendet und dann in der Summenterme, wenn man sie multipliziert hat, Terme zusammenfasst. Ihr müsst sie auswendig lernen und ihr müsst sie unterscheiden lernen. Ihr müsst wissen, was passiert, wenn ein Plus dazwischen steht, was steht, ein Minus dazwischen steht und wenn Plus und Minus dazwischen steht. Das nennt man auch die drei binomischen Formeln. Aufpassen, nur in der Konstellation gibt es die Formeln, in keiner anderen. Aber das werden wir uns die nächsten Stunden auch noch kennenlernen. Bis bald.